SIG – Professionelle Qualität aus Oberschwaben Die Kipper der Serie KPT unterstützen Sie bei Ihren Transportaufgaben als Drei-Seiten- oder Rückwärtskipper. Professionelle Qualität und Konstruktion Das Pritschenblech jedes KPT besteht aus 3 mm starkem, robustem und langlebigem Stahl, der, anders als Holz, nicht verrottet. Die besondere Konstruktion der Pritsche, übernommen aus dem Großanhängerbau, erhöht die Stabilität mit zweifach gekantetem Rand und verschweißten Ecken. Darunter erlaubt die stabile Kippbrücke mit großdimensionierten Längs- und Querträgern extrem hohe Punktlasten. Und auch der Fahrgestellrahmen ist stabil und verwindungssteif. Der Kippzylinder lagert in einem zusätzlichen massiven Hilfsrahmen. Der KPT kennt keine Schwächen. Die 350 mm hohen Bordwände sind aus doppelwandigem Aluminium gefertigt und für den extra harten Einsatz bieten wir das Mammutprofil von SIG an. Korrosionsbeständig wie alle wichtigen Teile. Der KPT macht es leicht. Die serienmäßig eingebaute Handpumpe wirkt doppelt und hebt die Pritsche mühelos und schnell an. Doch auf Wunsch gibt es auch eine Elektropumpe mit optionaler Funkfernbedienung. Beim Entladen zeigt sich der Vorteil der glatten und konisch geformten Ladefläche. Das Abrutschen der Ladung wird nicht durch Nieten, Schrauben oder Vertiefungen behindert. Eine Feuerverzinkung im Tauchbad schützt vor Korrosion. Der KPT ist auf alles vorbereitet. Ein vierstufiger Kippzylinder ermöglicht einen großen Kippwinkel und damit eine große Bodenfreiheit. Exklusiv und nur bei SIG gibt es die integrierten Fazur-Rüsen in der Ladebodenkante. Das Entladen erleichtern die Pendelverschlüsse der Heckklappe. Sie geben beim Entladen nach und verhindern zugleich ein Aushängen der Heckwand beim Vorfahren. Die robusten Winkelhebelverschlüsse sind einfach zu bedienen. Leicht zu montieren, die besonders stabilen Eckrungen. Sie überstehen auch kleinere Unfälle unbeschadet. Die KPT-Serie. Anhänger für beinahe alle Transportaufgaben. Optional können die Bordwände mit Zurschienen ausgestattet werden. In die äußeren Aussparungen lassen sich zum Beispiel Spanngurte einhängen. Und innen befinden sich Aufnahmelöcher für Sperrstangen, um die Ladung gegen Verrutschten zu sichern. Ebenso praktisch das Stirnwandgestell. Unterschiedlichste Güter können hier geladen und sicher befestigt werden. Für alle, die viel Volumen benötigen, bietet der KPT diverse Aufsätze, wie zum Beispiel den Alu-Aufsatz mit 350 oder 700 mm. Oder den Stahlgitteraufsatz mit 650 mm Höhe. Und schließlich transportiert der KPT auch ihr schweres Gerät zum Einsatzort. Die Alu-Verladeschienen und die Abstellstützen sind optional wählbar. Und natürlich leicht zu bedienen. Die KPT-Serie von SICK. 100% made in Germany. 100% SICK. bis zum nächsten Mal. B I Ehe. B IH. B IH. B IH.